In der Rückrunde wird es generell mehr Fußball geben, mehr Vlogs von mir, ich fahre öfter zu Auswärtsspielen, es wird auf jeden Fall viel mehr für die Essener geben. Also, du hast mir schon wieder einen offensiven Mittelfeldspieler oder einen Stürmer geholt, einer der sich nicht durchsetzen konnte, war im anderen Verein und ich soll mich freuen. Das ist ein ganz guter Thomas, du musst dich freuen, nur ein bisschen, bisschen freuen Thomas. Hey Thomas, wie geht's? Ach, Tag Sisi, alles fehlt bei dir? Ja, natürlich, ich habe gute Nachrichten, Thomas. Willst du hören? Oh ja, 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 ist es ein Spieler? Hast du einen Spieler verpflichtet? Ja, ja, sag doch. Ja, Thomas, du hast es genau erkannt, ich habe einen Spieler für dich. Boah, geil, ey, wer ist das? Ist das ein Linksfuß? Weil, du weißt ja, okay, egal, Hauptsache es ist ein guter und er spielt in der Abwehr, in der zentralen Abwehr, ne? Also, so ein Innenverteidiger ist das, ne? So ein, bitte, aber bitte Linksfuß, ne? Also, wer hat diesen Dekali geholt im Sommer? Ich meine, der kann doch gar nichts. Und dann, sonst habe ich nur diesen einen, der ist Dortmund-Fan, da geht's sonst Dortmund gucken. Wen meinst du jetzt? Meinst du diesen Jungen, der Bela Kocab da? Ja, genau, der, der, ähm, der ist ganz gut, aber, äh, ich glaube, der findet sich selber zu gut, ne? Und geht ja, wie gesagt, der ist Dortmund-Fan, ich kann ja nicht immer so Ausreden finden. Also, ich frage mich im Interview, was macht der beim Jubeln im Dortmund, bei Dortmund im Stadion? Und, ja, aber passt mal auf, Thomas, wir haben den auch verpflichtet für nochmal, äh, ich weiß nicht mehr, zwei Jahre oder so, bis zwei, äh, zwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig oder so. Das ist ein ganz guter Spieler. Ja, das weiß ich, also, hat er einen neuen Vertrag unterschrieben? Ja, genau, ich denke, du, du freust dich, oder? Also, bis zwanzig, äh, dreiundzwanzig hat er unterschrieben. Ach so, damit wir den verkaufen können am Ende der Saison, ne? Für, für eine Million oder so. Äh, äh, was, was meinst du, verkaufen? Ja, das weiß doch jeder. Wir, wir nehmen nur junge Spieler unter Vertrag, wenn wir die ganz fest verkaufen am Ende der Saison. Vielleicht kriegen wir eine Million. Dann sucht man noch so einen Dekali-Typ. Ähm, na, nee, eigentlich nicht. Ich meine, kann sein, aber ich hab mit keinem gesprochen. Der hat einen Vertrag unterschrieben, der ist auch innenverteidiger. Und, ich hab einen neuen für dich. Ja, dann komm, erzähl. Ja, das ist, ähm, also eigentlich ein Österreicher, aber da hat ein, ich weiß nicht, wie er heißt eigentlich. Also, das fängt mit Z an. Das hat so ein Kringeln. Da ist, glaub ich, kroatische Abstammung. Ähm, ich würd sagen, Zul ist das. Wie, du hast den Bösen von Ghostbusters verpflichtet? Das ist interessant. Ja, keine Ahnung, aber das ist ein ganz guter Thomas. Du musst dich freuen. Nur ein bisschen. Bisschen freuen, Thomas. Ja, ich merk schon. Das ist bestimmt kein Linksfuß. Aber Hauptsache Innenverteidiger. Wo kommt er denn her? Ja, ja, Thomas, das ist das Interessante dabei. Der kommt aus Hoffenheim, ne? Du weißt ja, wie gut Hoffenheim ist. Dann muss er auch ganz gut sein. Ja, gut, der hat sich nicht durchgesetzt, aber das ist ein ganz guter. Und, ähm, was die Abwehr angeht, ne? Also, die Engländer sagen, ähm, Attack is the best form of defense. Oder so, ne? Das, äh, angreifen, äh, die Abwehr fängt da mit Angreifer an. Ne? Und du weißt ja, äh, so Leute, so wie Blumen, ne? Die, die sind ganz gut nach vorne. Die haben viel Spaß. So Buden schießen, flanken und machen und so. Aber die, die, die rennen nie mit, ne? Die kommen nie zurück. Was willst du mir jetzt erzählen? Hast du einen Innenverteidiger verpflichtet oder nicht? Ja, ja, nee, nicht direkt. Aber, aber der ist ganz gut. Und, äh, wir haben ja, der ist so, so, äh, im, ja. Äh, also, du hast mir schon wieder einen offensiven Mittelfeldspieler oder einen Stürmer geholt. Einer, der sich nicht durchsetzen konnte, war im anderen Verein. Und ich soll mich freuen. Und außerdem, warum sitzt du auch hier rum mit Trainingsanzug und Käppi? Hast du nicht einen Anzug? Es ist ja kein Wunder, dass du keinen gescheiten hier, äh, verpflichtet, Chris. Ach, Thomas, sei nicht so böse. Und das mit dem Trainingsanzug hier, ja, ist ein bisschen aufwendig hier, die Jacke immer ein- und auszuziehen. Ich ziehe einfach, äh, die Mützen um, damit die Zuschauer erkennen können, dass das jetzt ich bin und nicht mehr du. Hey, Zuschauer. Die Zuschauer sollen unterscheiden zwischen mir und dir. Ja, die Zuschauer von, von Richie halt, ne? Ich setze die Käppi auf, damit man weiß, ich bin es. Der Sisi. Richie? Richie? Who the fuck is Richie? Ach, kennst du nicht? Das ist so ein bekloppter Engländer, der rennt immer mit der Kamera ins Stadion bei uns. Ganz witzig, ich musste bei YouTube gucken. Was habe ich davon? Kann er auch in der Abwehr spielen? Ja, Mahlzeit, Leute. Ich bin es wieder, der Richie. Herzlich willkommen. Ich melde mich zurück und ich freue mich riesig, denn die Winterpause ist fast vorbei. Beziehungsweise für die Erstligisten ist die schon vorbei. Wir hatten ja schon einen ganzen Spieltag letztes Wochenende. Und am Wochenende geht es endlich für mich weiter. Also noch nicht mit dem VfL Bochum, sondern ich gehe hier in Dortmund die U23 gucken. Die spielen gegen Wuppertale SV am Samstag. Da mache ich hier ein kleines Stadion-Vlog auf jeden Fall. Da freue ich mich. Und dann habe ich hier meine Liste. Ich gebe einfach so ein paar Daten durch. Übrigens, was haltet ihr denn von dem neuen Spieler für Bochum? Ist er dann so schlimm, dass er ein Stürmer ist? Der Seesee hier hat das gerade angesprochen, dass der Angriff manchmal die beste Form der Abwehr ist. Wir brauchen natürlich ganz dringend einen Abwehrchef. Das steht ohne Frage. Also für mich mindestens. Aber das war ein bisschen ernst gemeint. Ich sehe, dass wir sehr mutig nach vorne spielen. Wir haben talentierte Angriffsspieler, offensive Mittelfeldspieler, Stürmer. Wir haben genug Buden gemacht. Aber wenn es darum geht, umzuschalten und dann schnell auf Verteidigung zu schalten, dann bleiben ein paar vorne und die laufen nicht zurück. Es ist nicht immer die Schuld von den Abwehrspielern. Das wäre zu einfach. Und im Mittelfeld selbst hast du wirklich nur Toto. Der ist eine Bank. Der ist wirklich so ein echter defensiver Mittelfeldspieler. Ansonsten fehlt es auch ein bisschen an Schnelligkeit. Der Thomas Reis hat auch experimentiert mit einer Fünferkette. Das wäre auch vielleicht nicht verkehrt, aber riecht ein bisschen nach Notlösung für mich. Fabian wieder zurückzuholen war wahrscheinlich nicht geplant. Also rein taktisch macht das Sinn. Ich denke, die zwei Außenverteidiger, Suarez und Gamboa, die sind recht offensiv eingestellt. Die sind auch besser im Spiel nach vorne. Also könnte es klappen. Wenn die ein bisschen befreiter sind dadurch, dass wir so eine Dreierkette haben. Aber weiß ich nicht. Ich weiß nichts von dem Neuen. Ich kann seinen Namen wirklich nicht aussprechen. Jules oder so. Robert Jules ist wahrscheinlich ein sonst ganz talentierter Spieler. Österreicher, kroatische Abstammung glaube ich. Hat sich in Hoffenheim nicht durchsetzen können. Ist keine Schande. Da ist viel Konkurrenz. Werden wir mal sehen, ob er eine Bereicherung ist. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Ja, mit meinen Plänen für die Rückrunde. Also es ist ganz viel geplant. Ich habe mal eine schlaue Liste. Samstag geht es weiter. BVB U23 gegen Wuppertal. Am Dienstag natürlich spielt der VfL Bochum in Bielefeld. Ich bin dabei. Das steht fest. Am 1. Februar haben wir ein Spiel. Da spielt Bochum nicht. Da fahre ich nach Münster. Wir gehen Preußen Münster gegen Duisburg gucken. Also Münster-Fans, Duisburger. Wieder was für euch. Beziehungsweise zum 1. Mal was für die Münsteraner. Und wieder was für die Duisburger. Bin gespannt. Dann am Montag, den 3. Februar, Bochum zu Hause gegen HSV. Es fängt ja richtig hart an. Also Bielefeld auswärts, Tabellenerster. Da bin ich mir ziemlich sicher, wir kriegen eine Packung. Aber wer weiß, vielleicht kam uns die Winterpause genau richtig. Wir haben uns erholt und starten richtig gut in die Rückrunde. Und vielleicht kam das Bielefeld nicht entgegen, dass die bei Summen lauft. Die haben wirklich so gute Leistung gezeigt. Dass die gezwungenermaßen eine Pause machen mussten. Vielleicht liegt er nicht so. Ich freue mich wieder, wie ich schon tausendmal gesagt habe. Die Rückrunde ist da. Ab Samstag geht es wieder los mit meinen Vlogs. Ich freue mich. Entschuldigung, Entschuldigung, fast vergessen für die Essener. Also für alle Fußballfans im Allgemeinen. In der Rückrunde wird es generell mehr Fußball geben. Mehr Vlogs von mir. Teilweise zweimal die Woche. Ich fahre öfter zu Auswärtsspielen. Wenn ich nicht zum Auswärtsspiel fahre, dann gucke ich, dass ich auch nach Essen komme. Es wird auf jeden Fall viel mehr für die Essener geben. Meine Frau hat sich mit dem Rot-Weiß-Virus angesteckt. Das nächste Spiel wird auf jeden Fall sein. Das Heimspiel am 6.02. Das ist ein Sonntag. Ist jetzt terminiert worden. Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ich freue mich riesig. Revier-Derby. Die zwei Rot-Weiß-Clubs. Volle Bude hoffentlich. Gute Stimmung. Ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß in Essen, als wir da waren für das Spiel gegen Aachen. Und das bleibt auch mein erfolgreichstes Video bis jetzt. Über 12.000 Mal aufgerufen. Vielen lieben Dank, ihr verrückten Essener. Weiter so. Ich werde euch belohnen mit mehr Spielen. Also ich habe auf jeden Fall mindestens drei für die Rückrunde, wenn ich nicht zum Bochum spielen kann. Oder wenn teilweise ein Bochum zu Hause spielt, am gleichen Wochenende spielt Rot-Weiß Essen auch zu Hause. Aber das an verschiedenen Tagen. Da werde ich das kombinieren. Ich habe einfach Bock auf mehr Fußball. Und mehr Stadion Vlogs. Ich hoffe, ihr seid dabei. Falls ihr mehr sehen wollt und es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Bis denn. Das war wichtig. Bis denn. Das war G shooters. Untertitelung des ZDF für funk, 2017